Windeldebüt – zum ersten Mal gewindelt in der Öffentlichkeit Ihre erotische Liebe zu windeln ist Carolin seit frühester Jugend bekannt. Allerdings hat sie den Fetisch bisher ausschließlich im Schutze der Wohnung ausgelebt. Dies soll sich nun ändern, indem sie sich zum ersten Mal traut, mit einer Windel unter der Jeans nach draußen zu gehen, um das Knistern der Erregung auch dort auszuprobieren. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage